Boah, Defense. Stark verteidigt. Wir klären es wie Seedorf. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem BVB-Kanal. Heute gibt es ein 2 gegen 1 und zwar spielen Dennis und Moukoko von dort drüben gegen mich hier zu Hause. Ultimate-Team gegeneinander. Was geht ab, Jungs? Seid ihr ready für das Match? Ja, Sir. Also vorhin wurden ja schon Ansagen gedroppt, dass ich 3-0 verliere und so. Was ist denn da los? Nee, nee, wir werden gleich sehen. Sagt ihr so, wir sind gut eingespielt. Wir schaffen das gleich. Also am Ende gewinnt immer der Bessere, ne? Ja, okay. Ja, guck mal mal, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben auf jeden Fall da. Checkt alle weiteren Links in der Beschreibung aus zu unserem BVB-E-Football-Team. Und ich würde sagen, wir können rein starten mit dem Match. Mein Team gegen Dennis' Team. Ich weiß gar nicht, was du für ein Team hast, Alter. Was hast du da? Du wirst gleich sehen. Gleich, gleich siehst du dann. Überraschung. Du bist blau, ne? Nee, nee, ich bin rot. Ach so, ja, okay. Ich kann gar nicht sehen, wer wer ist, ey. Aha. Wer ist denn der wer von euch hier? Brauchst du nicht wissen, ey. Nein. Ich habe R9, ne? Also der ist Wahnsinn. Der kommt hier nicht durch. Guck mal hier, das R9. Ach. Guter Pass. Guter Ball. Vom Defense, Defense, Defense. Ja, guck mal, alles frei bei euch. Defense. Ole. Schade, 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 schade. Bist du ein paar Dribblings ausgepackt? Nee, ist nervös. Man sieht doch direkt. Ach, komm, hier. Zweifel, Zweifel. Uff, komm. Running Waka Waka. Ah. Stark verteidigt. Wir klären es wie Seedorf. Das ist hin und her hier. Ei, ei, ei. Scheiße. Guck mal, ist der schnell, Alter. Wer ist das denn? Achso, Jane. Oh, schade. Mann. Wer war das denn? Brauchst du nicht wissen, ey. Alles gut. Ich will wissen, wer das da ist von euch, Mann. Nein. Jetzt. Oh, nein. Leck mich. Jawohl. Ey. Hab ich dir nicht gesagt? Mann, Alter. Nee, keine Chance, Alter. Komm, Leute. Jetzt müssen wir ein bisschen einen Gang drauflegen hier. Guck mal, die werden nervös, schießen den Ball ins Außen. Nein, wir werden nervös nicht. Defense, Defense. Uh, uh. Komm, R9. Ruhig, ruhig. Gib die Ecke. Torwart. Nein, nein, nein. Wer ist das? Torwart. Scheiße. Der kommt, der kommt. Torwart. Oh, ich dachte, der braucht noch was ins Tor. Ah, gut. Leck mich. Ja. Nein. Was war das denn, Mann? Lass dich mal in Ruhe. Ich mach gar nicht Rage-Kind. Keine Chance. Nee, ich sag doch. Ach, Mann. Ich spiel zu zweit. Das ist unfair. Und das ist ja. Er schießt einfach. Let's go. Wichtig. Guter Pass. Komm doch mit. Pelé. Komm mal, Jadon. Nein. Nein. Oh mein Gott, der trifft grün. Der rot. Nein. Weg. Kommt vor der Halbzeit noch hier. Der kommt. Was? Ein Pass. Scheiße. Nein. Wer hat denn Kipper rausgeholt? Ja, ich habe rausgeholt. Okay, Halbzeit. 2-1. 2-1. Spannend, spannend. Spielt es gut, ja? Ein gutes Team hier. Der hat doch früher jedes Wochenende in der Weekend League gespielt. Er hat da 40 Spiele. Nein, nein, nein. Ja, Vinicius geht. Let's go. R9. Doppelpack. Der macht noch den Headtrick heute. Nein. Oh mein Gott. Nein. Hey! Nein. Wieder Glück, ne? Wir sind da. Nein. Nein. Ja. Jawohl. Ey. Ey, nee, wir hören nichts hier. Ach, Mann, Alter. Es war gut gespielt. Ich möchte Team-Pressing machen, das reicht's ja. Klasse, Jayden. Ja, da hat der Kopf, komm, komm. Digga, die sind ja die ganze Zeit da. Sofort kleben die mir am Arsch. Ja, passiert. Oh, Jayden, Alter. Ja, komm, die Fans. Geh, geh. Nein, nein. Ja, rot. Ey. Rot. Keine rote. Was? Nein, nein. Alter, der kann Freischoff sowieso. Warum gibt... Alter. Nein. Er gibt nicht mal rote Karte für das Foul. Jayden. Geh, Jayden. Tschüssi. Hab ich, hab ich, hab ich. Nein, da hab ich gesehen, da hab ich gesehen. Komm, komm, komm. Scheiße. Weg da, lass mich in Ruhe. Da, geh. Nein, R9, wie drehst du dich? Ey. Oh, letzter Angriff. Ja, Mann. Glück, renn, ja, bitte renn. Oh, mein Gott. Ja. Nein. Let's go. 90. Komm, da geht doch einer schnell. Unverdient. Da geht doch. Was passiert? Nein, 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 nein. Ah! Ah! Was passiert hier? Nein! Ah? Jayden pfeift, oh, Alter. Der ist noch. Pfeift, oh, die... Nein! Geil. Jetzt pfeift er, ne? 3-3. Ja, komm, Verlängerung. Gehen wir in die Verlängerung? Komm, komm. Alter, wir... Das ist so... Fußball ist einfach unfair. Unverdient. Nein. Wenn der am Ende noch drin wäre, ey. Mbappé. Die ganzen Spieler sind alle platt. Ja. Aber die können noch laufen. Ja, ja, R9 kann noch laufen hier. Scheiße. Nein, der schießt nicht von da. Der schießt nicht von da. Ganz ruhig, ganz ruhig. Peli. Boah, komm, wir gehen. Dann gehen wir noch dran. Oh mein Gott. Oha. Boah, Peter Cech. Let's go. Ey, ich komme nicht mehr raus. Das ist ja nicht schlimm. Jawohl. Kein Abseits? Nein, nein, Abseits. Warte, warte, komm noch. Köln, Köln. Mbappé. Oh, scheiße. Schiri, 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 schiri. Vorbei, vorbei. Vorbei, vorbei, vorbei. Vorbei? Jetzt kommen noch mal drei frische Kräfte rein hier. Ein bisschen ruhig, Alter. Seitenlegsel, alles ganz ruhig. Aha. Ja, was? Ich dachte, Fehler. Nein. Stark. Pelé. Boah. Oh, jeez. Sogar grün getroffen. Oh, oh. Da passt. Mbappé. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Hab ich richtig. Nein, der hat das. Komm, komm, komm. Scheiße. Oh, komm, komm, komm. Wir kämpfen. Nein, so ein schöner Doppelpass. Geh da dran, Mann. Kriegst du ihn? Let's go. Bin ja so ein Glücks, aber. Buschkas. Nein, 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 nein. Schieß, schieß. Jawohl. Letzte Minute. Ist vorbei? Ne, man muss jetzt mitninten. Rot. Und in Paris nicht so läuft, aber. Aber rot. Nicht schlimm. Pelé auch. Pelé auch. Klasse, Jungs. Egal, egal. Schittrichter, Junge. Komm, komm, komm. Gucken wir alle im Absetzen. Tor, 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 Tor. Gib Ecke. Nein, nein. Ernesto, ich, ja? Nichts. Nein, Alter, Mann. Also, wir haben gewonnen. Oh, GG's, Jungs. Stark gespielt. Geiles Game. Freunde, das war's an der Stelle. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war Spannung bis zur letzten Sekunde. Ich hätte gerne noch ein Elfer schießen gesehen, aber die Jungs haben es nochmal am Ende reingemacht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt alle Links in der Videobeschreibung aus. Ich verabschiede mich. Jetzt, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hat mega Bock gemacht hier mit Mumpuko. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Auf rein, Freunde. Ciao, ciao.